A wird ewig angenommen von uns Sonst wenn ich, ich will es gar nicht haben Ich versuch mal zu snipen von mir Sind schon alle weg Oben, oben am Fenster, am Fenster Leute Das sind wir Ja, sauber Noch welche Ich weiß nicht, ob sowas wirklich sehr furchtbar Die Zone B ist neutralisiert Fankt hat Zone C eingenommen Ich versteh nicht, warum immer wenn ich die Waffen wechsle Dass hier keine Spezialmanitionskiste irgendwo liegt Ist das Absicht oder will ich mir das ein Oder Kann ja wohl nicht wahr sein Ich bin bei C An der Tür Oben am Fenster A, A kannst du komplett, lass einfach A links liegen Geht zu C erstmal Und dann holen wir uns von C, B Lass A einfach einnehmen Das ist völlig egal Wir müssen ja alle einen Spawnpunkt kriegen Sonst haben wir dieses Spiel hier verloren Es ist zu einfach von dem anderen Spawnpunkt die Map zu verteidigen Das ist das Problem Wir müssen C einmal sicher Und wirklich sicher halten Und dann spawnen wir nämlich auf der anderen Seite Und die spawnen dann da Ja Wenn wir das nicht schaffen Kann man es noch nicht knicken Ja, wieder verloren Ich habe einer von hinten ein bisschen abziehen Von oben Und einer von rechts oben Und dann läuft es Oben Fenster, Fenster, Fenster Ist noch einer Ist noch einer Hab ihn So jetzt ganz geschillt Hintenrum zu B rein Und links rein Durch die Tür Und dann von unten erst verwechseln Und dann Ich komme jetzt rein B singen einige Sauber Zwei Systeme Schwere Munition Leute kommt erstmal runter Schwere Zone B ist neutralisiert Wartet mit der schweren Ich komme Zone B ist sicher Wir haben alle Zonen erobert Und noch alles Das ist ja lächerlich Ach, ich bin da oben mit der schweren Die zwei schießen wir wieder weg Wir haben verloren Zone A verloren Zone B verloren Ach komm Jetzt macht er schon wieder sein Super Auf meinen Klingentänzer Jedes einzelne Mal Werd ich mit diesem Scheiß Super weggenatzt Wenn ich Klingentänzer mache Ach Leute Das macht doch echt bald keinen Spaß mehr Vier Leute stehen vor mir Was sollst du denn da machen Jetzt haben vier Leute hier Im Super gemacht Und der Fünf war es immer noch Ich habe extra gewartet Es geht mir auf die Eier Geht mir das Ich kann keinen Frank Mit diesem fucking Super machen Das ist einfach nicht möglich Ich will ja nicht spawnen Ach was ist denn das Für ein Scheißspiel man Ich kann nicht spawnen Es geht nicht Ja sie sind eh alle tot Wieso lebt man ja noch Ich lebe mehr als tot Ja 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 auf gehts jetzt Ballerts die mal weg Ich habe keinen Bock Ich habe keinen Bock Jetzt schon wieder hier zu verlieren Irgendwie zwei Spiele in Folge Jetzt kommt schon wieder ein Klingentänzer Und ich höre ihn nicht Ach Gott Jetzt hör mal auf Wieso haben die immer super Und keiner von uns haut es denen mal weg Immer muss ich alles fressen Und wenn ich es mache Dann ballern sie mich sofort um Was soll denn das Ich komme nicht mal dazu Hier einen Schuss abzugeben Ja super Er kommt ja von oben von A wieder rein Ey wo Gibt es hier irgendeinen Safepunkt auf dieser Map Wo man mal kurz Nachladen kann Irgendwas Irgendwo Ein Punkt Wo ich mal kurz die Waffe durchzuschliere Vielleicht Ich war sogar unsichtbar Ich kann nicht mal regenerieren Keine Chance Ich bin so von oben von A wieder rein Das ist albern ey Mitte Hier ist einer drinnen unten Alben Glaub ich Hinten kommt auch schon wieder einer Wir haben Zone B eingenommen Hinter uns hinter uns hinter uns In Führung Schwere Munition kommt Führung abgegeben Zone B verloren Zauber schwere Munition kommt Führung übernommen Der hat es halt schon Drei Leute da unten Führung verloren Fung 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 Abgegeben Jetzt haben wir beide Fliegenbrenzern Fung 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 Den lion Ja, ist halt sofort einer nachgetäumt, das ist ja der Witz. Ah, ich spiele es daneben. Sauber. Ne, da ist einer drin bei uns. Jetzt bin ich noch nicht aktualisiert. Ah, ja, nimmt eh einen. Ah, mir hilft halt wieder keiner hier. Ah, jetzt kriege ich nicht mehr den Assist. Oben bei B. Feiterzone B erobert. Höhe und verloren. Ha, ich bin schon wieder von hinten. Ich kann nichts mehr unten essen, Babel wäre das tot. Achtung. Fliegenblänzer. Jawohl, sauber. Sauber, sauber. Was ist denn jetzt los? Es sind drei Leute hier. Zone 10 ist neutralisiert. Waren wir. Zone 10 neutralisiert. Äh, bei C ist einer, pass auf. Zauber. Ich bin noch zu künftig. Ich bin noch zu künftig. Ist egal, lass uns das mal zu B sicher. Oh, hallo. Halleluja, Mann. Einmal, ey. Was ist denn da los, Mann? Fünf Leute, einer Golden Gun, einer Schild. Zone B ist neutralisiert. WTF. Zone B ist neutralisiert. What the f***. Zone B ist sicher. Faire Munition kommt. 3.000 Na der ist tot unten bei C reingegangen ins Gebäude Zwei Leute holen sich die schwere Munition Ihr müsst die schwere Munition mal ansichern Die gehen jedes mal zu unserer und holen sie sich Und dann haben wir halt keine Wenn schwere Munition angesagt ist, die schwere Munition sichern Scheiß auf die scheiß Kontrollpunkte Alter Zunnerie Arrobat Der Schmelztiegel ist nicht zu unterschätzen Nö, schießt nicht mehr mit Zu schlecht Hast du uns alleingelassen wo wir schon gewonnen haben